Moin miteinander! Leute, wir bauen uns heute eine Geradscheibe selber. Improvisation gehört zum Schrauben dazu. Bis gleich! Wozu benötigt man ein Winkelmesser für Schrauben? Ich habe das in einem einen Video erklärt, wenn man keine Drehmomente hat, sondern Winkelangaben, wird der auf Knarre gesteckt, den Ratschenschlüssel, die Nuss oder Verlängerung kommt dann ran. Dann kann man den hier fixieren und kann durch Drehen den Winkel einstellen. So blendet man den Anzugsmoment aus, den Widerstand und hat eine richtig angezogene Schraube, wo Widerstände egal sind. So sieht das Ding aus. Kann man sich bestellen bei Amazonien, verlinke ich unten rein. Da muss man sehen, was geht schneller, die Bestellung oder der Drucker. Das ist ja immer so ein Problem. Papier alle, Farbe alle, Reinigung, keine Verbindung, alles ist blöd. Ich habe jetzt einfach in einer großen Suchmaske eine Geradscheibe eingegeben, dann bekommt man ein Bild. Da habe ich ein Screenshot von gemacht, habe das ausgedruckt und jetzt haben wir hier einfach nur so ein Blatt mit dem Vordruck. Den schneiden wir jetzt einfach mal aus. Das ist hier Bastelstunde, das muss auch nicht genau sein. Das soll einfach nur improvisiert sein, um irgendwie am Ziel zu kommen, wenn man kein Grad oder Winkelmesser zur Hand hat. Den schneidet man hier einfach aus. Das muss auch nicht alles schön und rund sein. Das muss nur seinen Zweck erfüllen. Und jetzt haben wir hier eine 360 Grad Scheibe. Wenn man jetzt zwei Werte hat, 90 Grad oder 45 oder 60 Grad, kann man auch einfach ein Geodreieck neben sich das irgendwie befestigen, damit man immer den gleichen Winkel hat. Dieses Stück Papier ist ein bisschen schlapp auf der Brust, deswegen kommt jetzt ein bisschen Pappe unter. Das schneide ich auch ein bisschen rund, dass es einigermaßen aussieht. Und so haben wir in weniger als zwei Minuten eine improvisierte Winkelangabe für unseren Schraubenschlüssel gleich. Ja, ist jetzt Pappe unter. Ist recht stabil. Da kann man jetzt ein bisschen Kleber nehmen. Ich nehme hier einfach Tesa. Ist ja transparent, man sieht es nicht. Das kleben wir jetzt hier einfach auf das Stück Pappe drauf. Das ist halt totaler Behelf, Leute. Das ist mehr oder weniger ein Weg. Das kann man hier in der Mitte einfach ein Loch reinpiksen. Kann auch so ein bisschen ausfransen. Und dann steckt man hier so eine Verlängerung durch. Der bekannte Blick am Traktor. Wir hätten jetzt hier unsere Kopfschrauben. Ich drehe da jetzt auch nicht dran rum. Die sind angezogen, auch wenn der Kopf noch mal runter muss. Jetzt kann man seine vorgespannten Schrauben hier auf Null drehen. Hier wäre jetzt Null. Entweder man sucht sich ein Maß und peilt das rüber. Darf das hier aber nicht mehr groß bewegen oder seine Sicht verändern. Das würde gleich die Winkel verfälschen. Und dann kann man kontrolliert seinen Winkel drehen. 45, 60, 90 Grad. Wem das nicht reicht, improvisiert hier mit drüber blicken, kann sich hier auch einfach ein Schweißdraht oder ähnliches einfach ankleben. Eventuell auch mit einem kleinen Magneten. Ich habe hier irgendwo welche liegen. Kleine Magnete genommen mit so einer kleinen Fahne dran, die habe ich beim Unimog benötigt. Die kann man hier einfach ran klicken. Dann hat man hier ein Draht und kann über den Draht den Winkel einstellen. Funktioniert ganz gut für improvisiert. Es reicht auf alle Fälle aus. Wenn man sich so ein Ding kauft, dann sieht das so aus. Wie gesagt, das ist ja Amazonien. Hat glaube ich 10 Euro gekostet. Verlinke ich euch unten rein. War wirklich günstig. Ist auch günstig verarbeitet. Aber für die paar Male, die man es braucht, ist das vollkommen okay. Der Nachteil hier ist wirklich, man ist an einem fixen Maß gebunden. Die improvisierte Scheibe, man kann sie halt auf der Verlängerung hin und her schieben auf dem Höhenmaß, wo man es braucht. Hier wäre es schon wieder zu hoch. Macht man es unten ran, dann werden wir zu tief. Dann werden wir hier, also muss man schon wieder mit einer kurzen Verlängerung arbeiten. Damit man hier irgendwo in einen vernünftigen Arbeitsbereich reinkommt. Hier ist ein Anlagestift dran, den kann man hier zum Beispiel am Tank legen. An der Schraube können wir das hier oben an den Mittelbolzen legen. Da wird man irgendwas hier mal so gezeigt. Wenn man jetzt die Schraube haben, legt ihn hier an, dreht ihn dann auf Null und dann kann man den hier drehen und hat auch seinen Winkel. Wie gesagt, 10 Euro. Funktioniert ganz gut. Das kostet nichts und hat zwei Minuten gedauert und funktioniert genauso. Beim 6 Zylinder, ob ich das mit so einer Pappscheibe machen würde, ich weiß es nicht. Aber hier bei 1, 2 oder 3 Zylinder funktioniert es genauso gut. Ja, kleine Bastelstunde, wenig Aufwand, viel Erfolg. Wie ihr gesehen habt im ersten Video, ich habe keine Winkelscheibe genommen, ich habe sie so angezogen. Wie gesagt, Kopf muss nochmal runter, ist eine andere Sache. Winkel, genaue Sache. Drehmoment ist ganz geil, aber das ist wirklich genauer. Wenn ihr sowas macht, den ersten Zug 45 Grad, den zweiten Zug 60 Grad, hiermit eigentlich gar kein Problem. Beim zweiten Zug solltet ihr schon sowas nehmen. Verlängerung, halben Meter. Weil mit der Knarre, da reißt man dran rum, ist es halt nichts genaues. Hiermit kann man anziehen, wirklich in einem Zug den dritten Gang oder zweiten Gang, wenn er größer ist. Wie gesagt, Videos müssen nicht lang sein. Großer Erfolg. Leute, reingehauen. Wir sehen uns. Bis dann. wie kommen sie zusammen. Vielen Dank.